Und bei uns im Studio ist Stefanie Kunzelnick vom Verein Anpfiff ins Leben. Wie viele Kinder betrifft denn das, dass die sich solche Sachen, für viele ist das ganz normal, wir haben es ja ein bisschen aufgebaut, Hefter und Bücher, die sich das nicht leisten können? Ja, also es ist doch erstaunlich. Wir haben hier in der Region einige Kinder, die davon betroffen sind, dass sie sich solche Materialien eben zum Schulbeginn nicht leisten können. Und Anpfiff ins Leben hat ja hier in der Region über zwölf Standorte und wir fördern Kinder und Jugendliche über den Sport. Und in Summe haben wir 3500 Kinder und Jugendliche, die wir fördern. Und jetzt am Standort in Ludwigshafen sind es circa so 30 bis 50 Kinder, die immer wieder in diese Schwierigkeiten dann auch kommen. Was sind das so für Kosten pro Kind, mit denen man rechnen muss? Also das staffelt sich natürlich, aber jetzt nehmen wir mal so ein Grundschulkind in der Einschulung, da hat man erstmal ganz klassisch die Hausaufgabenhefte, die Schulhefte etc. sind es etwa bei 120 Euro. Und dann kommt eben noch dazu, manche Eltern haben eben die Möglichkeiten, auch eine Schulbuchleihe zu beantragen, wenn zum Beispiel das Haushaltseinkommen entsprechend gering ist. Und da hat man das Thema, dass man dann auch schauen muss, ob man letztendlich dann diese Zusage zur Leihe bekommt oder selber zahlen muss. Da kommen nochmal circa 100 Euro dazu. Sie stellen aber auch Bedingungen, die Kinder müssen sportlich aktiv sein. Wieso diese Verbindung? Ja, also Anpfiff ins Leben ist als Verein einzigartig in der Region, aber auch darüber hinaus mit dem Konzept, dass wir Kinder und Jugendlichen über den Sport den Zugang zur Bildung schaffen. Und das heißt oft so viel, dass wir Sport, Schule, Beruf und Soziales als unsere Kernsäulen haben. Und viele Kinder, die wir fördern, sind klassisch auch Mitglied in einem Partnersportverein Fußball, Handball, Eishockey, der Golf. Und über diese Situation des Mitgliedseins hat man die Möglichkeit, die Programme von Anpfiff ins Leben auch wahrzunehmen. Wie können wir jetzt ganz konkret helfen? Ja, also ganz konkret, wir haben ja jetzt diese Woche in Rheinland-Pfalz auch schon den Schulanfang. Das heißt, es ist Not am Mann, weil die Listen aus den Schulen zu uns gekommen sind und es hieß, könnt ihr helfen. Viele Eltern haben eben die Möglichkeit nicht. Also es heißt ganz konkret, Materialien benötigen wir. Das sind möglicherweise dann Sachspenden, Bücher etc. Oder natürlich auch finanziell. Das hilft uns, weil wir dann wirklich den Eltern auch direkt die entsprechenden Listen nach dem Schulnorm dann auch zustellen können. Man sagt ja oft, man müsste, man könnte. Ja. Ich sage jetzt mal, wir machen. Wir würden gerne also fünf Pakete als Sender an Sie direkt spenden und Ihnen da helfen und Sie unterstützen. Wir wollen aber dann auch die Zuschauer bitten, wenn Sie uns unterstützen können, dann machen Sie das. Wir haben auch eine Spendenkontonnummer, die können wir Ihnen zeigen, bei der Volksbank Reichgau und auch bei der Sparkasse Heidelberg. Die lange IBAN-Nummer. Ich glaube, das schaffen Sie jetzt nicht, die abzuschreiben, aber auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram und auf unserer Internetseite finden Sie diese Nummern und wir möchten Sie auch wirklich aufrufen. Spenden Sie, wenn Sie es finanziell können. Kinder sind unsere Zukunft, glaube ich, und irgendwo ist das Geld besser angelegt und man gibt so viel Geld für schwachsinnige Dinge aus dem Leben. Dankeschön für die Vision des Studiums. Ja, danke Ihnen. Danke Ihnen.